Ich freue mich riesig, dass endlich wieder die Turniere losgehen. Erst recht hier in Lomün, weil hier sind einfach super Bedingungen mit den großen Außenplätzen, die hier gestattet sind. Meine Pferde fühlen sich echt wohl, denn hier die Sonne scheint die letzten Tage. Das macht es natürlich uns viel leichter. Die Bedingungen hier, auch drumherum, sind sehr gut, weil wir haben ja mit dem Herpesvirus ein sehr großes Problem gehabt. Aber hier wurde das super gelöst, denn wir haben täglich Fieberproben und die Boxen sind sehr gut auseinandergebaut, sehr luftig gebaut und deswegen freue ich mich, dass es endlich wieder losgegangen ist. Ich selber habe vier Pferde mit. Drei für die Zwei-Sterne-Tour und einen Sechsjährigen für die Youngster-Tour, der sich sehr gut geschlagen hat. Am ersten Tag war er Sechster, gestern war er Zweiter und heute im Finale hat er gewonnen. Und in der Zwei-Sterne-Tour läuft es auch bis jetzt sehr gut für mich. Am ersten Tag war ich Zweiter in der großen Tour und gestern war ich Zweiter in der mittleren Tour. Und in der Zwei-Sterne-Tour. Und in der Zwei-Sterne-Tour. Und in der Zwei-Sterne-Tour.